Na? Äh, Vince? Ähm... Ich hab die Tunnel gerade schonmal gebaut. Nice! Und arbeiten kann sie noch nicht, weil sie keine Materialien hat. Vorerst mal 200 und... Ach, ähm... Oh, gut. Denk ich mal für die Deck ist das okay, oder? Hm, ja. Wir nehmen schon ganz schön lange auf. Ja, ich weiß. Und dass es dir schmeckt. Danke. Was gibt's? Der ist nicht ernst auf deine Frage. Okay, ich weiß. Ja. War ja. Für was frag ich sie eigentlich noch? Keine Tortellinen ist mehr da. Hätte ich mir jetzt auch gemacht. Oh, mach mir doch nicht so mehr, aber... Ich glaub nach der Aufnahme werd ich auch mal erst in die Küche verschwinden. Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch aufnehmen wollen. Weiß ich auch nicht. Ich würd' sagen, ich bring jetzt noch die Turtle auf jeden Fall in den Stand und... Ähm... Kann ja auch arbeiten, wenn wir nicht sterben bleiben. Äh, wie viel Holz hast du noch? Ein ganzes Inventar voll. Also fast. Willste was? Bitte. Ich hab's vier. Ich brauch vier Stecks für den Turtle. Ja, gut, gut, gut. Reicht. 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 Ach, Quatsch. Oha. Ja. Ja, ja. Ich hab schon immer... Oh, das ist ein Creeper. Willst du uns trainieren etwa? Ja, ja. Du willst. Äh... Warum trainierst du Beine? Was soll'n das? Geht ja gar nicht. So. Jetzt hoffe ich, dass... Ah, dein Programm, was du geschrieben hast. Ja, was? Warte mal... White... Warte mal... White... Fist... Add... Fist... 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 Nein. Es soll eigentlich nicht rumschritten, gellah? Ja, kurz. Fist... 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 Moment mal... Fist... Fist... Hast du's wieder mit Pastebin importiert? Fist... 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 Aber irgendwie will er nicht... Er platziert den Ptock unter sich und das war's. Dann ist Feierabend. Ich wollte jetzt aber erstmal... Hm... Minimatch verschieben. Ansonsten hier... White... Wild... Äh... Nicht White Wild... OP war doch... Fist... 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 Egon... Weil ich glaub... Oder geht das mir da sonst hier abzubauen? So... Wie halt ich jetzt das Programm an? Oh, der hat ein 2 Creeper. Uncool. Also, 1. Ah, ok. Äh, man sollte vielleicht die auch erst mal zu füllen. Äh, mit... ...kürteln... 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 ...ne... ...we...we...we...we...we...we...we...we... ...ah, jetzt... ...wennst, magst du die Mops machen, bitte? Hast du die Mops? Hm. So? Da unten sind 3 Creeper oder sowas. Äh, was hatte ich da...warte mal... ...drei, zwei, acht... Tschüss, komm, wir fie- ...wir machen die kaputt. Ah, ich glaub so war das irgendwie... Nein, nicht ins Loch. Ach, da sind schon öfters welche reingefallen. Ok, na gut. Ich hätt' eigentlich das Gunpowder noch... ...ich hätt' eigentlich das Gunpowder noch, ähm... ...gebrauchen können, aber... Stimmt auch. Oh, ich hab' zu wenig Holz. Geht so. Ja, ja, ähm... Geht. Nice. Was denn? Ähm... ...die Kohle vergessen. Ich brauch doch auch, äh... Benzin. Ja, grad, ob's nen Benutzer gibt, äh... ...in Minecraft... ...der wirklich, äh... ...computer-Craft heißt. Der hat ja dann überall OP. Der muss aber mit engen Klammern davor und dahinter... ...sit. Geht aber trotzdem, oder? Oder war es verboten? Hä? Ich glaub' das war verboten, oder? Mit Sonderzeichen. Ich glaub' ich auch. Ja, aber... ...sonst hätte man doch überall theoretisch... Ja. Wo man vermischen, ja. Ja. Ja, ich hab's... ...werbung verlangt. War egal. Hast du schon das neue Facebook-Seiten-Design gesehen? Ja, wieder noch. Was wir übrigens jetzt auch haben, Schleichwerbung. Ach so. Okay. Facebook.com slash Salat-Apple. Hier, ich poste's hier grad mal. Geht auch so. Wir machen's mal kurz. So, geht's auch. Eigentlich hab' ich auch meine Home-Seite. Ah, jetzt macht er. Nö. Will er nicht. Der leitet mich auf... ...meine Home-Seite. Was? Bei was? Wenn ich auf den Link gehe, komm' ich nicht drauf. Hä? Doch. Warte. Seite. Es gibt ein... Willens... Freunde einladen. Willens denn? Warte. Was denn? Da... Es gibt ein... Salat... Salat auf YouTube... Äh... Auf... Facebook hat... 22 Freunde. Vor allem der heißt nur Salat, ne? Ja. Ja, schön mit... Äh... Indonesien... Äh... Indonesischen Proxy. Ah, 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 ah. Äh... Salat-LP find' ich auch geil. Im Titel... Das ist das neue Design, so. Achso. Hat was, ne? Mit den Shader. Achso. Ich hab' dich eingeladen. Ich hab' dich jetzt mal eingeladen zur Seite. Mal gucken, ob du jetzt draufkommst. Gtsch, dann bist du verwackt. Bei mir geht das. Nein, ich meine... Warte, ich probier' mal andern Pause. Nein, ich meine... Ich hab' keine Einladung bekommen. Hä? Warte, ich mach' dich Administrator, wenn du da jetzt nix bekommst. Ich glaub' du bist sogar schon alt mal. Warte. Ja, eigentlich schon. Warte mal. Guck doch mal bei meinen Seiten. Ne, warte. Jetzt bist du admin. Warte, ne Passwort eingeben. Timm' ich mir ja noch auf mein Line. So, jetzt bist du Administrator. Ja, hab' ich auch ne Meldung bekommen, dass ich admin... Ist die Seite vielleicht ja nicht öffentlich oder so? Das könnte sein. Aber die gefällt ja nicht nur... Äh... Hä? Die gefällt mir ja... Äh... Oh man, ich kann nicht reden. Äh... Äh... Die gefällt ja nicht nur mir. Die gefällt ja auch ne Andern. Vier Andern. Also vier Leuten im Kampf. Nö, fünf. Ja, ich hab' jetzt grad auch noch geliked. Ja, aber hier Sichtbarkeit der Seite. Äh, Sichtbarkeit der Seite. Ja, äh... Sichtbarkeit... Äh... Äh... Alter, war nicht öffentlich. Ah... Seite veröffentlicht, jetzt aber. Gut. So, jetzt gucken wir mal, ob's nochmal der Link geht. Yes. Jetzt geht er auf. Gott. Sorry Leute. Kleiner Fail am Rande. Ja, so hat man auch rausgefunden, dass er nicht öffentlich war. Guck mal, machen wir doch sogar produktive Sachen hier in dem Bereich. Ja, und die Törtel ist schon fertig, gell? Ja. Der Settel ist natürlich besser, aber die halbe Decke getrunken. Ja, hast du dich nicht bis hinten ziehen lassen? Weil ich erst mal testen wollte, ob die so weit funktioniert hier. Und zwar so zu sagen, der Test braucht. Das geht auch, oder? Ja, jetzt bis nach hinten, oder? Ja. Und auf der anderen Seite noch. Und ich denke, das Dach, das kriegen wir auch noch fertig.